Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Wie ihr seht, bin ich im Auto, ganz alleine unterwegs, also keine Kinder bei mir. Der Papa hat sich sogar heute extra freigenommen, damit er auf die Kinder schauen kann, weil ich habe heute einen ganz, ganz speziellen Termin und ich nehme euch natürlich mit. Wir dürfen uns heute nämlich zusammen ein Ronald McDonald House anschauen, oder besser gesagt es besuchen und ich werde euch natürlich mitnehmen. Wer vielleicht nicht so ganz genau weiß, was ein Ronald McDonald House ist, ganz kurz erklärt, es ist ja so, wenn irgendwie ein Kind eine besondere Krankheit hat und zum Beispiel es muss in einer speziellen Klinik behandelt werden, sagen wir mal jetzt in Wien, und die Eltern wohnen aber irgendwo außerhalb und es wäre immer sehr umständlich, dass sie reinfahren, rausfahren und das geht manchmal vielleicht auch gar nicht. Und damit das Kind nicht alleine ist, sind dann diese Ronald McDonalds Häuser für die Eltern, und dass die Eltern dann direkt neben ihren Kindern quasi auch sein können. Das heißt, sie schlafen dann im Ronald McDonald House, was genau neben einer Klinik ist, und sie können dann immer bei ihren Kindern sein und müssen nicht stundenlange Autofahrten hinter sich bringen. Ja, und so eins von diesen Häusern schauen wir uns heute an, oder nehme ich euch mit. So, meine Lieben, ich bin jetzt schon, wie ihr seht, im Ronald McDonald House, also das ist ein wunderschönes, wunderschönes Haus, sehr, sehr modern eingerichtet. Wir stehen aktuell im Aufenthaltsraum, also in der Küche, wie man sehen kann. Hier gibt es zwei riesengroße Küchinseln, Korinseln, so heißt das, Korinseln, und hier können die Familien zusammen essen. Ich habe jetzt die Zeit genutzt, wo jetzt aktuell niemand da ist, wir wollen ja wirklich niemanden hier stören. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommen zu haben. Ich habe jetzt auf jeden Fall gerade so viele Background-Infos bekommen, und die haben mich einfach total emotional gemacht. Ich habe euch ja schon vorhin, bevor ich hergekommen bin, erzählt, oder ich habe euch ja schon erklärt, was denn ein Ronald McDonald House ist, und ich habe jetzt noch ein bisschen zusätzliche Background-Infos bekommen. In Österreich gibt es fünf Häuser, die sind verteilt auf Wien, Salzburg, in Graz steht auch eins. Diese Häuser beinhalten 51 Apartments insgesamt, und die stehen halt Familien zur Verfügung, die schwerkranke Kinder haben. Und da schließt sich zum Beispiel so eine Klinik, also ein Krankenhaus, dann mit den Familien zusammen und mit dieser Kinderhilfe, und bietet dann Familien, die nicht in der Nähe von Kliniken wohnen, die Möglichkeit, dass sie über die Dauer der Behandlung dann hierher ziehen. Es handelt sich wirklich um schwerkranke Kinder meistens, also nicht meistens, sondern eigentlich immer, und die haben hier halt die Möglichkeit, normal zu wohnen. Deswegen ist es auch sehr, sehr schön eingerichtet, damit sich die Familien einfach, ja, nicht wie in einem Krankenhaus fühlen, sondern einfach sehr familiär sich ein bisschen zurückziehen können. Und ich werde euch gleich ein bisschen zeigen. Ich darf auch ein Zimmer zeigen, das aktuell gerade frei steht, und das werden wir uns anschauen, dann wird ihr mal sehen, wie schön das eigentlich ist. Das ist auf jeden Fall die Küche. Wie ihr sehen könnt, falls ihr das sehen könnt, das sind nummerierte Kühlschränke. Das heißt, jede Familie, die hier wohnt, hat ihren eigenen Kühlschrank. Die Familien versorgen sich selbst. Sie können einkaufen gehen und ihre Lebensmittel in ihren Kühlschränken reingeben. Dann haben sie auch noch solche nummerierten Kästchen, die sie auch versperren können. Aber sie dürfen hier alles nutzen. Ja, auf jeden Fall, das ist die Küche. Wie ihr seht, da haben viele Leute Platz zum Sitzen und Essen. Und sie haben auch immer Zugang zu den Küchen. Das heißt, jeder hat verschiedene Krankenhauszeiten, wann sie wieder herkommen, wann sie dort bleiben müssen. Und sie können die Küche um jegliche Uhrzeiten benutzen. Und ich würde mal sagen, schauen wir uns mal den Wohnraum an. Ich stehe aktuell vor dem einzigen freien Apartment hier in diesem Haus. Das ist quasi hier noch nicht belegt. Und ich darf euch das zeigen. Hier steht, wie ihr sehen könnt, werden Sie Pate. Das bedeutet, wenn man Pate werden möchte, kann man es für ein Zimmer werden. Und dann steht dann hier der Name von einem. Und das finde ich richtig, richtig toll. Die Patenschaft für ein Zimmer ist 2000 Euro für ein ganzes Jahr. Und die Familien freuen sich dann immer, wenn sie auch sehen, ja, quasi eine Person haben oder auch nur ein Unternehmen, quasi die für das Ganze aufkommt. Dann wird das ein ganzes bisschen nochmal persönlicher für sie. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Und ja, falls ihr Pate werden möchtet, in der Infobox stehen alle Links zu allen möglichen Websites, wo ihr das nochmal genauer nachlesen könnt, falls ihr das möchtet. Und ich würde mal sagen, schauen wir uns das mal an, wie so ein Zimmer ausschaut. Das ist nämlich richtig, richtig schön eingerichtet. Es schaut aus wie ein richtig, ja, luxuriöses Hotelzimmer mit einem eigenen Balkon. Aber das zeige ich euch noch gleich. Man kommt also hier rein, dann hat man so eine Art Wohnbereich. Hoppala, ein Kleiderschrank, der ganz viel Platz hat, wenn man hier vielleicht länger wohnen muss. Ja, dann kommen wir hier auch nochmal zu seinem kleinen Sitzbereich, also so einem Essbereich, wenn man möchte. Ja, und dann ist hier schon ein Doppelbett. Und richtig niedlich auch mit Kuscheltieren und Schoki auf dem Polster. Und dann hat man hier auch ein Badezimmer, das richtig schön ist, mit einer großen Dusche, einer Toilette und, ja, Waschtisch, was man halt so braucht. Und mir wurde auch erzählt, falls zum Beispiel jetzt eine Mama mit einem kleinen Geschwisterkind anreist und hier wohnt, dann wird auch ein Beistellbett zur Verfügung gestellt oder ein Hochstuhl, also auf Anfrage bekommen die Eltern das oder die Familien das alles zur Verfügung gestellt. Und man darf auch Besuch empfangen, wenn man zum Beispiel von der Oma oder von Freunden, die dürfen dann auch herkommen. Also, das ist richtig, ja, dass man sich einfach irgendwie auch so wie zu Hause fühlt und nicht dieses Krankenhaus-Flair hat halt. Es gibt auch Familien, wo es den Kindern halt besser geht, die Kinder dann auch hier mitschlafen, also die sind dann ambulant quasi. Das finde ich auch toll, dass dann die Kinder hier mit sein dürfen natürlich. Ja, und so schaut ein Zimmer aus. Und ich finde, das ist richtig, richtig schön und mit ganz viel Liebe zum Detail. Und, ja, das finanziert sich alles durch Spenden. Und das ist einfach fantastisch, oder? Dass jeder, jeder, der wirklich was zur Verfügung hat, der kann wirklich helfen. Also, das ist, die Ronald McDonald Kinderhilfe nimmt ja nicht nur Geld als Spenden an, sondern man kann auch Sachspenden. Und was ganz, ganz gefragt ist, sind Zeitspenden. Es gibt nämlich auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter und darüber freuen sie sich wirklich sehr. Falls ihr da draußen zum Beispiel ein bisschen Zeit noch zur Verfügung habt und ihr denkt, ihr wollt was Gutes tun, dann könnt ihr euch in jedem Ronald McDonald Haus ganz Österreich melden, direkt und euch dort quasi wie bewerben. Und da könnt ihr wirklich was Gutes tun. Das ist in allen möglichen Bereichen, wenn sie jetzt auch ein bisschen einfach in haushaltlichen Tätigkeiten oder in Garten, auch zu Gartenarbeiten, was auch immer. Also, die freuen sich wirklich über eure Zeit, wenn sie ihr helfen möchtet. Ja, und wie gesagt, in der Infobox stehen da mehrere Details. Da könnt ihr euch das anschauen, draufklicken, euch reinlesen. Und ich bin immer noch ganz überwältigt, wie schön und wie liebevoll das gemacht wird. So, ich stehe jetzt im Lift. Ich fahre jetzt nämlich runter zum Erdgeschoss und da zeige ich euch die Waschküche und was es dort so alles noch gibt. Da gibt es nämlich einen ganz coolen Spielraum. Und das ist die Waschküche mit ganz vielen Waschmaschinen und Trocknern. Und hier können die Familien ihre private Wäsche dann selbst waschen, wenn sie das möchten. Und die Bettwäsche dürfen sie hier reinwerfen. Das wird dann vom Haus direkt übernommen. Aber sonst müssen sich die Familien halt auch selbst um die Reinigung des Zimmers kümmern. Sie müssen die Betten selbst beziehen, bekommen das aber auch wieder frische Bettwäsche vom Haus zur Verfügung gestellt und können das dann auch wieder beziehen. Im Grunde und Ganzen müssen sich die Familien aber trotzdem halt auch selber darum kümmern um die Sauberkeit. Und das funktioniert aber auch alles einwandfrei. Und hier haben sie dann auch noch so Schränkchen, wo dann die Bettwäsche drinnen ist. Und ja, Bügeltisch, was man halt so auch im Leben halt braucht. Für Babykindertöpfchen und Babywannen. Und hier, schaut mal, ganz, ganz cooles Spielezimmer. Da dürfen dann die Kinder toben. Also da können die laut sein. Und Präfusbaldisch ist da. Eine Kletterwand, schaut mal. Eine Kletterwand. Und ja, Spielzeug. Richtig süß eingerichtet. Und ja, ein Kinderspielraum für die Kinder. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder in der Küche. Im Aufenthaltsraum sozusagen. Wollte ich euch nämlich noch diese süße Ecke hier zeigen. Das ist nämlich so eine Spielecke. So eher eine ruhigere. Da können sich die Kinder nämlich auch so Bücher oder Brettspiele rausnehmen. Und hier spielen, während die Eltern vielleicht noch einen Kaffee trinken oder essen. Und hier ist ja auch der süße Emil noch. Ihr könnt euch vielleicht noch an ihn erinnern. Ich habe ihn mal auf Instagram gezeigt. Ihr könnt nämlich den süßen Emil bei McDonalds kaufen. Für 6,90 Euro. Und drei Euro gehen davon direkt an die Kinderhilfe. Und somit habt ihr auch was Gutes getan. Also ihr habt früher für euer Kind einen süßen Kuschelbär gekauft. Und trotzdem auch irgendwie was Gutes getan. Geld gespendet. Und das finde ich richtig süß. Ich habe drei dieser Bären auch schon zu Hause selbst gekauft. Und für meine Mädels. Weil ich den auch so süß finde. Und der leuchtet auch. Also ganz, ganz süßer Kuschelbär. Wenn ihr auch so einen haben wollt. Den gibt es in allen McDonalds. Und schon bin ich wieder auf dem Weg zu meinem Auto. Mir hat das auf jeden Fall heute sehr viel Spaß gemacht. Hinter den Kulissen einen Blick zu erhaschen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Falls ihr auch mithelfen wollt. Schaut bitte unten in der Infobox vorbei. Dort habe ich euch nochmal alle Details reingeschrieben. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.